Hallo Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead A New Frontier. Ich könnte euch da führen. Und ich weiß, dass ihr alle Probleme haben, heute. Aber vielleicht könnt ihr die Schmerzen erst einmal aufbauen. Aufbauen als meine Arten. Wir werden dich aufbauen und sicher, dass deine Geschichte herauskommt. Das ist wirklich nicht notwendig. Schmerzen deine Schmerzen. Avi, Mann, nicht. Ihr信 mir oder nicht? Danke. Bereit? Hier. Hey, was wir dich nennen? Entschuldigung, ich habe mich vergessen. Es ist Paul, aber meine Freunde nennen mich Jesus. Es ist Jesus. Es ist Jesus aus der Serie. Oh, Flashback. Gibt es endlich mal wieder was von der zweiten Staffel? Dass es irgendwie eher besser reinpasst? Also, das ist ein Flashback. Aber was mich halt ein bisschen zerstört ist, dass es halt bisher kaum um das Ende von der zweiten Staffel ging. Also um das, dass er Kenny, zumindest in meinem Fall, er Kenny erschießen musste. Also ich meine, hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter mit denen. Ich finde bisher die Flashbacks sind das Beste an dem Spiel. Ja, Entschuldigung, ist halt so. Weil da wenigstens Clementine wieder im Vordergrund steht. Das regt mich sehr auf, dass sie nur so ein Side-Character ist. Schuss. Schuss. Ach, ich weiß, du hängst. Schuss. Schuss. Shh. That's it. Wir werden sie warten, und dann werden wir uns ein bisschen Essen finden. Hoffentlich finden wir ein bisschen Essen. Bitch. Hey, ich kann dich hören in da. Ich bin rein, bitte. Gott, du bist so schwer. Bitte, nicht mich hier raus. Oh, shit. Hey, da. Hallo. Du kannst das Ding auf mich halten, wenn es dir fühlt sich besser fühlt. Aber wenn du mich schreitst, du musst mit all dem. Ein ziemlich großartiges Grupp aus dem da. Aber es wird passieren. Eventually. Stay right where you are. Don't move. Don't worry, Kale. Ich bin nicht mehr. Shit! Goddammit! Well, I'd say we make a pretty good team. The two of us. Well, the three of us, I mean. Yeah. Seems like we do. Seems like it, huh? He's a cute kid. You guys living here? You seem kind of young to be a mom. What are you, 13? His real parents are gone. I'm all he has. Then he's cute and lucky. He has someone looking after him. Not much of that anymore. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary. And then... Chaos and... Shit. Less than a minute. Those bastards are slow, but goddammit. When there's enough of them. I got separated from the others. God. I hope they all made it. Thought we were ready for anything. What were you scouting for? Gas? Water? Any supplies we could find? Sure as hell was worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them at least? By the way, I'm Ava. And my group? We call ourselves the new frontier. Oh. Deswegen kannte sie die. I'm hungry. Hey. Why don't you come with me? Meet my people. So hat die die kennengelernt. Das hab ich mich ja drüber... Dann war das nicht das aus der zweiten Staffel. Dann hab ich das verwechselt. Come on. Dinner's on me. I owe you one. Groups aren't really my thing. No woman is an island. Have it your way. But you did me a solid here. I won't forget it next time we cross paths. There is no next time. We'll see. The world does work in mysterious ways. Anscheinend gab's er doch dann nächstes Mal. Hat sie ja erzählt gehabt. These tunnels were abandoned decades ago. But I've heard you can get through. Here's hoping. Howdy. I need to talk to you. About? Look. I appreciate you keeping quiet about me in the new frontier. But what I told you earlier. It's not the whole truth. I wasn't their prisoner. I was... I was one of them. Oh shit. I should have told you sooner. I really should have. You were with those monsters? They're not all like that. I'm not asking you to forgive me. But you have to understand. I had nobody. I was one of them. I was one of them. I was one of them. I thought I believed to as well... If they were very... ...messivant. Es war ein Fehler. Und so hat sie dir nicht über das Wort erzählt. Sie haben Mariana gebeten. Sie war 10 Jahre alt. Wie ich gesagt habe, ich frage ich nicht für deine Entschuldigung. Ich habe nur die Entschuldigung, weil wenn sie wirklich in Kontrollen in Richmond sind, ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie nicht. Also, wenn wir den anderen Seite dieser Tunnel kommen, ich lasse. Sie planen auf uns mit? Shhh! Sie hören alle das? Sie kommen von dort. Sie sehen nichts? Ja. Sie sind überall. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Schau mal. Schau mal. Sie sind. Sie sind. gut dass wir nicht gefesselt haben aber das war ein geiler mit was ach du scheiße ich habe es nicht es ist es ist es ist Danke, Gott. Wir haben die Walkers folgenden uns. Javi und ich verletzten die Tür. Ihr seid bitte sicher, dass es klar ist. Es ist schnell. Wir werden gleich vor. Ich bleibe hier. Bleiben die Tür ab, bis ich etwas zu finden. Hurry! Oh mein Gott! Ah, verdammt! Ich werde das Ding wegziehen. Hurry, sie sind fast hier! Javi! Ich kann nicht... Es gibt zu viele! Hilfe! Schau mal! Jetzt! Okay, gehen wir. Wir müssen... Ich würde nicht die Tür ab, Frau. Du bist ein Cowboy. Ich habe auch gehört. Du bist dumm. Wir haben die kleine Geschichte. Wir müssen... wir müssen weitergehen. Nein! Du musst sprechen. Schau mal die Tür ab, Conrad. Nicht bis sie sich auf ihr Schlaf. Was? Warum? Ich wusste es. Ich wusste es. Du bist einer von ihnen. Du bist eine von ihnen? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh Gott! Conrad! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir bringen sie zu Richmond. Sie werden uns was, was wir wollen. Was für Kate. Sie ist unsere Begründung. Nein! Mach das nicht! Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Ihr müsst beide gehen. Was für dich? Ich findest das eigenen Weg. Er ist tot. Ich wollte es nicht tun, aber es war die einzig gute Wahl. Ja, was sagen wir jetzt den anderen? Können wir die Clementine nicht da einfach hinbringen? Und die Frau, wo ist sie? Oder müssen wir den schlimmsten? Sie? Rannhoff. Ich weiß nicht mehr, was da passiert. Gott! Was ist ein Schuss! Das ist nicht das, was wir wollen. Aber jetzt müssen wir Kate und Elinor finden. Sie sind genau. Sie sind einfach so. Ich möchte nur... ... die Gäste sind so. Wenn Sie hier sind, kommt dann den Ort her. Die Gäste sind da so. Warum ist es so quiet? Ich dachte, es wäre eine neue Frontier, die in den Straßen zu gehen und so weiter. Praktieren auf Walkers, oder... ... oder was sie machen. Es scheint, dass es so quiet ist. Vielleicht haben wir nur Glück. Oh nein. Javi? Yes. Could really use something to take the edge off right about now. Oh, Jesus. You scared the hell out of me. Kate! Are you... are you okay? Come here. Where's Eleanor? She... she went ahead to get help. She hasn't come back. Dammit. They must have got her. Jesus, how far is it to their compound? Not too much farther now. A couple blocks at most. Gabe, help me lift her up. I'm thinking Kate's not gonna make it much longer. So it's time we walk up to their front door and say hello. All right, fine. Here we go. There it is. New Richmond. We're here, Kate. I'm gonna get you inside, okay? Lovey? If they can save me, how about you and me finally take that trip to Norway? The Northern Lights. Remember? As long as we make some time to hit the slopes, I'm in. Jesus, there's a solid possibility this isn't gonna go our way. If you want to stay behind, I wouldn't blame you. Hey, this is where I was going in the first place. You again? You must have some kind of death wish. She needs medical help. And you help one of our people. Aha. What's your point? After what you did to our people? I'm not inclined to help any of you. Well, I'm thinking, please help us. If we don't get her to a hospital, she'll die. And I guess she's gonna die. It was your men that shot her. Your bullets. You owe it to us to help now. We don't owe you shit. It's got nothing to do with me. Your people, your problems. I need her, okay? She means the world to me and I could take it if I lost her. Losing people's just a part of life. If you're not used to it by now, I don't know what to tell you. Please, Kate's dying. She needs help. It's not like I don't have a heart, okay? But your people started this whole fucking thing in the first place. Let's not forget what you did at Prescott. What you did to our home. Prescott, right. That whole situation was a damn mess. It happened. It's over. Please, I am begging you. Just let us in. Now all of you, lower your weapons. Might be a good idea to play along here. At least for now. You put him down, I'll see that as an expression of good faith. Nice and easy. Everybody, put him down. Trip, please, you're the boss. Yeah, okay. Hands behind your heads, all of you. Hey, we let him do this. It's over. We can't give him another inch. For Kate, okay? Now, get on your knees. If he was gonna kill us, I think he'd have done it by now. You hear me? I said knees! Guess you were serious about this after all. What the hell's going on out here? They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they... Oh, my God. David! Oder? Dad? What the fuck? Ja, halt einfach auf, oder wie? Einfach, boom, black screen. Cool. Gross shit. Deming gesagt, dass Kate ihn verlassen wollte. Ah, Spieler öffnen das Feuer. Versuchten zu verhandeln. Okay. Das haben voll viele Leute das Feuer eröffnet. Holy shit. Jesus vertraut, ja. Oh. Okay, haben Conrad getötet. Da hab ich schon echt gedacht, ich wär vielleicht in der Minderheit. 95% der Spieler haben sich Max Forderungen unterworfen. Ja, wir hatten keine Wahl, ne? Okay, aber krass, dass die meisten Leute tatsächlich da das Feuer eröffnet haben. Nein, ich wollte nicht die Credits überspringen. Oh, ich wollte es nur wegklicken. Oh. Boah. Ich wollte das nur wegklicken. Dieses ganz, okay. Wir merken uns nicht mehr auf weiter drücken. Denn da überspringt man anscheinend die Credits. Ich dachte, dann geht dieses blöde Entscheidungsfenster weg. Meine Fresse. So eine Scheiße. Aber das war jetzt wirklich eine sehr kurze Episode. Das ist echt halt total schade. Es ist echt schade, dass das hier anscheinend noch viel kürzer sein... äh, viel kürzer ist als der zweite Teil. Aber gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei The Walking Dead A New Frontier bei der dritten Episode über dem Gesetz. Und bis dann und ciao. So. So.